Der Vertrieb ist für unsere Branche ein ganz elementares, wichtiges Element und er ist in dem digitalen Wandel am meisten betroffen. Das bedeutet vor allen Dingen für das stationäre Sortiment, mit dem wir nahezu 50% Umsatz unserer gesamten Branche machen, etwas Veränderungsnotwendigkeit, das heißt also wir müssen nachspüren, innovativen Ideen, wie dieser Vertrieb, dieser physische Vertrieb weiter aufrechterhalten bleiben kann. Ich gehe davon aus, dass das mit Sicherheit der Fall sein wird. Alle Verlage sagen ganz deutlich, wir brauchen die physische Präsenz des Buches und das gewährleistet das stationäre Sortiment. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in einer Laborsituation in unserer Zukunftskonferenz auch darauf genau eingehen. So wie auch schon von der letzten Zukunftskonferenz Impulse. Impulse für die Branche, etwas was man übernehmen kann, mit dem man weiterarbeiten kann. Das ist eben ein Labor, eine laborähnliche Situation, mit der wir diese Impulse setzen können. Ja, wir haben diese Plattform Prototype, auf der ganz interessante Prototypen entwickelt worden sind. Die werden auf der Zukunftskonferenz am zweiten Tag präsentiert. Und wir wollen auch damit zeigen, nicht nur wie innovativ die Branche und diejenigen, die sich für die Branche interessieren, sind, sondern wir wollen damit auch zeigen, dass ein gemeinsames Arbeiten an bestimmten Projekten, die dann wieder der Gemeinsamkeit oder der Gesamtheit zur Verfügung gestellt werden, ein Weg sein kann, schwierige Fragen unserer Branche für die Zukunft zu lösen. Vielen Dank.